Die Elementklassifizierungen erweitern die Elementdaten um drei Eigenschaften, die für einen guten Modellaustausch wichtig sind. Der IFC-Elementtyp stellt die präzise Zuordnung der Archicad-Elemente zu IFC-Elementen her. Der Strukturtyp definiert, ob ein Element Bestandteil des Tragwerks ist. Mit der Position legen Sie fest, ob die Elemente innere oder äußere Bauteile sind. Diese Einstellung ist für den Austausch mit Energieberechnungssoftware wichtig. Diese drei Klassifizierungen sind nun ein integraler Bestandteil des virtuellen Gebäudes und können auch über Suchen und Aktivieren gefunden werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017